Servus, grüß euch bei ANKR.TV. Heute gibt es wieder ein ganz kurzes und knackiges Unpacking Video. Los geht's! Also ich glaube, heute brauche ich das Messer nicht. Ich glaube, das geht so auf. Es steht eh schon am Karton oben, was da drin ist. Und zwar haben wir den Film Vatertag drin. Ich habe gerade gestern Muttertag bekommen. Und da sollte jetzt eigentlich Vatertag drin sein. Das ist Mediabook. Geht doch nicht so leicht auf, wie ich gemeint habe. So, doch. Ah, ich werde doch das Messer verwenden, glaube ich. Ich kann gerade schauen, dass ich nichts kaputt mache. So, jetzt sollte es eigentlich schon aufgehen. Einen Haufen Papier. Schön verpackt. Jawohl. So, Father's Day. Ja, wieder ein Drama-Film. Ich habe ja schon gestern beim Unpacking gesagt, dass ich zur Zeit ein bisschen auf dem Drama-Trip bin. Ich habe gestern einmal den Muttertag angeschaut, bin aber in der Mitte vom Film leider weggepennt. Ich habe ja gesagt, Drama macht normal eher so Horror-Komödien, so Trashige. Beim Muttertag war, zumindest soweit ich den Film gesehen habe, eher weniger Komödie, eher so Trashige Horror-Filme. Aber er war ganz gut. Ähm, nochmal von hinten. Ja, dieses Mediabook hat eine Limitierung von 500 Stück. Und ich lege euch nochmal den Muttertag auch daneben, dass wir nochmal den Vergleich haben. Eben, Muttertag habe ich gestern bekommen und heute eben den Vatertag. Ja, das sind beides Filme, auf die ich jetzt schon lange gespannt war. Und jetzt, ja, ich habe jetzt länger gewartet, bis ich sie bestellt habe, habe sie jetzt aber bestellt. Ich freue mich jetzt auf den Film und ich freue mich auch am Muttertag fertig zu schauen. Und wie immer Reviews kommen. Ich habe zur Zeit leider wieder so viel Reviews, die ich machen will. Darum ist die Frage, wann die Reviews immer kommen, aber sie werden kommen. Ja, der Film Vatertag. Bin ich gespannt, wie der Film so sein wird. Ja, vielleicht noch kurz gesagt, da haben wir drei Disks drin. Also ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube zwei Blu-Rays und eine DVD, glaube ich. Gut, das war es schon wieder mit diesem Unpacking-Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.